Und dann musst du sie unterstellen, okay? Okay. Du willst doch wieder... Halten Sie sich fern von mir. Gase. 95% aller... Du solltest aber wissen, dass sich niemals Männer auf der Straße... Kontrolle! 450 Menschen wollen kommen! Was? Und über die Hälfte kenne ich mich. Ehrlich, Nassim, tut mir leid, dass wir dich nicht eingeladen haben. Oh nein, das verstehe ich doch. Hühner, Knochen und Fischgräben kosten unsere Menge. Gibt's einen Sehnsucht dazu? Was für ein Kuh... Geräusche Werner Garth Werner 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 Bis zum nächsten Mal.